hallo und herzlich willkommen zur nächsten folge von assassin street odyssey ich bin mensomania und heiße euch herzlich willkommen wir sind gerade vor dem haus von anthusa aber dahinter kommt ein söldner und den tun wir jetzt messer ok der war flach egal bisschen spaß muss sein auch trockener humor ist humor und sollte gebraucht werden genau so wie dieser seltener missbraucht wird ja jetzt la lage im dreck so ab zum haus meine güte er war gut dieses wortspiel la lage im dreck und kunde das ist eine schöne europa schön aus so anthusa mein plan ist aufgegangen die schläger des hökers haben mich angegriffen ich weiß ich habe auch gehört dass sie dir keine schwierigkeiten machten das war nicht mein erster kampf in korinth auch nicht ein letzter wir nehmen uns den höker im theater vor ich habe für ein korinthisches drama gesorgt dass keiner vergessen wird ja ja drama ist gut sie das sorgt sich dass dem tod des hökers anarchie folgen könnte er will ihn tot sehen aber es soll leise geschehen der mann ist weit weg von sparta wir sind in korinth und machen es auf die art der korinther korinthi gacker einverstanden es wird ein spektakel trifft mich und meine mädchen dort die öffentlichkeit weiß nicht welch triumph sie erwarten wird ja trotzdem der schuss kann auch nach hinten losgehen ich hätte es auch lieber persönlich mit der höhle gemacht aber wir sind in korinth es war anthusas plan und da wollen wir jetzt nicht dran rütteln gehen schade dass man hier eigentlich nicht irgendwie die möglichkeit hat das eine und dann zu wählen möchtest du trotzdem nochmal das andere um zu sehen was dann passiert wäre egal wir haben uns entschieden ich folge anthusas weg und ja gucken wir mal jetzt was da passiert das ist wahrscheinlich ein theaterstück was niemand vergessen will vor allem nicht der falsche verhölkoch solo solo conciotto oh das sieht geil aus liebe gemeinde ach Mist ich darf hier nicht vorsprechen wie heißt der verhölkoch du wolltest also ein scheiß schauspiel ein scheiß schauspiel was das denn ich werde ihre gesichter in dein ach so kostbares blut tauchen myrene hätte genau dasselbe verdient der kennt myrene der kennt martha der kennt unsere modi du wirst nie über diese straßen herrschen du hund oh doch du kannst dein hübsches gesicht darauf verwetten nimm deine dreckigen hände und wenn ich es tu reiße ich dir den verdammten kopf ab und schicke ihn dem kult als beweis dick und muri what the f what the f du kanntest meine mutter sie hat mir nichts als ärger gemacht aber das bekommt sie zurück wenn ich mit dir fertig bin finde ich deine mutter und bringe ihr deinen verdammten kopf nicht wenn ich ihr deinen zuerst bringe du wirst nicht mehr viel sagen können wenn ich dein hirn über die bühne verteilt habe also schauspielern kannst du gut ich geb dir gleich verpisst dich verpisst dich aus meinen straßen ach der ist selber ein kult der ist der alte ja dieses spartianische ding auch mal angucken so da unten ist er jawoll das ist ja nichts mehr zauberkräfte das schönste theaterstück ever hier ja du kannst gleich scheiße hier einwohner von korinth erblickt das wiesel das euer brot stiehlt die plage die euer korn verdirbt demos wäre enttäuscht von dir kaputt ässer er ist tot ja aber der platz ist frei für den nächsten es wird zeit genieß deinen sieg dann treffen wir uns an einem ruhigen ort ich werde dir sagen was ich über deine mutter weiß toll toll jetzt kommst du mit raus jetzt müssen leute sterben damit du deine informationen preisgibst junge 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 ich kann dir gar nicht genug für alles danken und endlich kann ich auch mal alchibia des dankbar sein weil er dich schickte so jetzt raus mit der info als man vermuten würde er wusste dass du korinth von diesem monster befreist es ist kein geheimnis dass auch ich von seinem tod profitiere reden wir ja myrine sie kam und verließ korinth in eile doch sie hinterließ bleibenden eindruck bei mir wie ein großer sturm so ist sie schon immer gewesen alter infos wo 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 muss ich hin infos sie sucht ihren platz hier in korinth doch sie fand nicht wonach sie sich sehnte du sprichst gütig von ihr du warst ihre freundin vielleicht oberflächlich sie war erfüllt von einem schmerz in ihrem innern den niemand durchdringen konnte fand sie arbeit sie blieb für sich ein auge immer auf den hafen gerichtet sie hätte bei uns bleiben können aber ich denke sie suchte nach etwas anderem wie habt ihr zwei euch kennengelernt in dieser nacht regnete es in strömen ich sah sie auf der straße schlafen und bot ihr obdach sie war einer landstreicherin ich frage mich was vater davon hielte ich weiß nicht was ihr passiert ist sie sagte mir nur dass sie den ort verlassen hatte der sie entzweite sparta hat sie nichts über ihre vergangenheit erzählt ein mann ihre familie gar nichts der gedanke an sparta betrübte sie nur es war als würde ein teil von ihr fehlen ja die kinder und nach korinth wohin ging sie dann nun das weiß ich nicht ja du hast doch keine info für uns sie musste ja einen hinweis gegeben haben ich glaube nicht dass sie wusste wohin sie gehen wollte alles was ich weiß ist dass sie beim würfelspiel ein schiff gewann wöchelchen wöchelchen schuldete ihr wenigstens das ich erinnere mich an den namen des schiffs klang der sirenen klang der sirenen es war berühmt dafür jedes hindernis das poseidon bereit hier zu überstehen hab dank anthosa mögen dich die götter mit sanftem blick bedenken besuch mich jederzeit ich halte dich über korinth auf dem laufenden es scheint mich erwartet eine interessante zukunft so wie mich das schiff finden kann wer das schiff kennt komme ich ihr langsam näher Männer des höckers ne die wollen wir nicht die verhölkern wir geil legendären hellen bekommen 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 so wo müssen wir eigentlich jetzt hin das schiff im namen des schiffes dann wir er ist eine sehr reiche Person er ist eine sehr reiche Person er will brasidas tot sehen Sollten wir mit Brasidas sprechen? So, wie geht die Story weiter? Äh, okay, das ist was anderes. Hier geht's weiter. Wo? Insel Kios. Ja, das sieht schon nicht schlecht aus. Wir haben Pferde. Wo ist denn die Insel Kios? Lass mal schauen. Wo ist das Chaos? Vilos, Mykonos, Naxos, Rosos, Kos. Ah, Kos kann man heutzutage noch schön Urlaub machen. Wo ist denn Kios? Da ist es doch. Sie befindet sich in der Stadt Koressa. Kios. 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 westlichen teil nein ich da wo ich noch nicht ach westen sie führt ihre piraten vom tempel der athena nedus aus an tempel der tempel ok ich glaub da müssen wir mal hin liegen senior so dann westlichen wir mal das dahin und springen das machst du schön brenn du sau tempel in der stadt koressa koressa hier ist die stadt koressa dann gehen wir mal dahin ist denn der tempel hier der ist auch noch unentdeckter ort aber das sieht dann im lager aus ne wir gehen da runter wir gehen da schauen was da unten ist und das schaffen wir auch unseren neuen skill ach der skill kann ich euch mal kurz sagen hier unten ist der sprung genau todessprung das ist die festung da wollen wir auch jetzt nicht rein wir wollen diesen tempel sie führt ihre piraten vom tempel der athena nedus aus an vom tempel der athena nedus ach da ist es ok da war ich dann zu schnell oben südwestlich äh nordwestlich aber den typen holen wir uns noch gerade mit das ist Dagegen gibt es ein Mittel gegen dieses Blending-Dingsums. Und zwar die Afro-E-Explosion, leider. Der Bär ist gone. Das gefällt mir, das ist geil gemacht. Aufladungen habe ich. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da hinten ist die Stadt. Alter Schwede, hier gibt es große Schweine. Phobos? Los geht's. Los geht's. Riesenkeiler hier. Ne, verjessert ging zick. Genug Schweinefleisch. Gar nicht so gut. Wir müssen hier in die City Raiden. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Hättest du nicht gedacht, dass es jetzt im Raum sein soll? Ja, du weißt doch warum. Eine Schwach. Ah! Ich bin einfach hier reingeritten. So, kann ich jetzt mal runtertauchen. Da ist sie doch. Nein, ich habe nichts getan. Geh weg. Ich bin unsichtbar. Alter Schwede, wieso wollen die mir alle an die Wäsche hier auf der Insel? Das ist die Gelegenheit. Los! Ich muss noch ein bisschen tänzeln. Dann noch bezünden. Icarus. Aber es kann ja nicht mehr helfen. Wir sterben da hinten. Wie für Rom. Malche Zeit. Hier, der Fährmann wartet auf dich, hat er doch gesagt. Jetzt gehe ich hier rauf. So, klettern. Klettern macht Spaß. Klettern macht Freude. So. Jetzt ab da rein. Oh. Gut. Götter habt Gnade. Du willst Gnade? Zinnja? Die Kriegerprinzessin. Oder was auch immer. die auf meiner Insel mit Sklaven handeln, sollen selbst das Zeichen der Sklaven tragen und nach Attica geschleppt und an das System verfüttert werden, von dem sie profitieren wollten. Schaff mir diesen Abschaum aus den Augen. Alter, was ein Weichei. Ich dachte, alle Piraten wären Sklavenhalter. Und du bist? Mein Name ist Kassandra. Nun, Kassandra, man sagt uns auch nach, Mörder zu sein. Warum also sollte ich dich nicht hier und jetzt töten? Ich hörte, du verkaufst Informationen. Unter anderem, das tue ich. Ich suche nach jemandem. In eine Stadt einzufallen und meine Leute zu töten, ist nicht der übliche Weg, einen Handel auszumachen. Ich dachte, sie lassen mich vermutlich nicht einfach durch und ich habe keine Zeit. Also sprich. Ich bin auf der Suche nach einer Frau. Sie verließ Sparta, als ich ein Kind war. Ein bisschen mehr brauche ich schon. Ja, also echt. Auf ihrem Arm hat sie Muttermale, die das Sternbild des Adlers bilden. Also gut, damit kann ich arbeiten. Aber wer genau soll diese Frau sein? Sie ist meine Mutter. Ich sah sie zuletzt, als ich noch ein Kind war. Du bist also ausgezogen, deine Familie zu finden? So etwas in der Art. Dann hast du keinen leichten Weg vor dir. Aufs Maulküsse. Aufs Maulküsse. Ja, ja, ja. Kannst du ja Kohle haben, hier. Hier, nimm es. Eine Freude, mit dir zu handeln. Ja, ja, ja. Wie lange wird es dauern, bis ich die Informationen bekomme? Ich habe sie schon. Ach ja? Deine Myrene verkehrt unter dem Namen Phoenix. Sie war Teil meiner Mannschaft, aber wir haben uns vor kurzer Zeit getrennt. Kurze Zeit ist gut. Ich reise bald ab. Chaos ist dein Zuhause. Aber es ist nicht meine wahre Heimat. Meine Bestimmung. Du findest vielleicht nie, wonach du suchst, Phoenix. Aber ich höre nicht auf zu suchen. Du bist eine tolle Piratin. Und du bist eine noch bessere Freundin. Vergiss mich nicht. Alter, was ist das für einen Berg, die Dossi, ey? Hey, der Witzker. Da brauchst du ja eine neue Maßabfertigung für ein Bett mit der alten. Deswegen schliefen die alle auf dem Boden früher, weil die keine Betten hatten mit der richtigen Größe. Chaos ist weit entfernt von Sparta. Wie seid ihr euch begegnet? Auf See, vor langer Zeit. Ich sah in ihr ein besseres Leben. Sie sahen mir die Freiheit. Zusammen gehörten uns die Wellen. Ich kann nicht fassen, dass sie Piratin war. Sie gehört zu den Frauen, die sobald sie sich etwas in den Kopf setzen, es auch umsetzen. War sie auch Teil deiner Mannschaft? Eine Zeit lang? Hat sie doch gesagt. Sie interessierte sich zu sehr für den Krieg. Wenn du mich fragst, Verschwendung einer guten Piratin. Hab seit dem Abschied nichts von ihr gehört. Weißt du, wo sie jetzt ist? Sie segelte nach Südost mit ihrer Mannschaft, auf der Suche nach ihrer Bestimmung. Südosten. Das ist aber nett. Ja, zum Schmied müsste ich unbedingt nochmal. Soll ich diese Nebenquest jetzt machen? Oh, apropos, ach du je. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt so viel Spaß wie ich. Falls ja, Daumen hoch da lassen. Und Abo-Button klicken nicht vergessen. Dann seht ihr, wie es weitergeht hier mit Assassin's Creed. Ich bin Mensomania und wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.